Heute fällt alles. Es fallen die Aktienmärkte, es fallen die Kryptos, wie vor allem Bitcoin, die gerade zu crashen ist. Es fallen die Anleihemärkte massiv, also die Renditen steigen auf ein neuer Hoch, selbst Gold fällt. Wann also sollte man kaufen? Und diese Frage kann ich Ihnen an einem einzigen Satz beantworten. Kaufen Sie nicht, wenn die Märkte crashen und in Panik sind, sondern kaufen Sie dann, wenn die Notenbanken in Panik sind, in Panik geraten. Und wann geraten die Notenbanken in Panik, wenn der Schaden, der durch die crashenden Märkte entsteht, so groß ist, dass die Notenbanken sich sagen, im Zweifel wählen wir das geringere Übel, lassen die Inflation laufen und retten nochmal diese Finanzmärkte, diese Drogensüchtigen und geben ihnen neue Drogen. Dementsprechend ist es durchaus möglich, und das sage ich an einem Tag wie heute, dass wir nochmal neue Allzeithoch sehen, bevor es dann richtig ungemütlich wird. Eben weil die Notenbanken in Panik geraten werden, früher oder später derzeit quengeln die Kinder an der Supermarktkasse, wollen Süßigkeiten und Nerven so lange, die strapazieren so lange die Nerven der Eltern, um es mal bildlich zu formulieren, dass diese Eltern irgendwann sagen, so jetzt reicht es mir, ich kann nicht mehr, ich kann es nicht mehr hören, hier hast du. Und man wird sich dann wahrscheinlich entscheiden, irgendwie das geringere Übel, in Anführungszeichen, die Inflation laufen zu lassen, dafür aber den totalen Crash sowohl der Wirtschaft als auch der Märkte zu verhindern, denn dafür steht der schlichtweg zu viel auf dem Spiel. Wie viel, das hat mein Kollege Hannes Zipfel in einem beeindruckenden Tweet gezeigt, Gesamtschulden der USA, also mit Unternehmensverschuldung, Haushalte etc., 91 Billionen Dollar, bei einem BIP von 23 Billionen, also etwa ein Viertel davon, eine Inflation von 8,6 Prozent, bei einem Leitzins von durchschnittlich 0,77 Prozent und das, sagt Hannes Zipfel, ist eine absolut toxische Mischung in der weltweit größten Volkswirtschaft der USA, eine sich abschwächende Konjunktur, die gestützt wurde durch massiven schuldenfinanzierten Konsum und das wiederum subventioniert durch niedrige Zinsen bei gleichzeitig stark steigender Inflation. Was tun, das ist irgendwie ein Teufelskreis, da kann man nicht wirklich eine Lösung finden, da gibt es keine Lösung mehr dafür, der Schaden ist bereits angerichtet, die Fehler sind in der Vergangenheit gemacht worden, jetzt ist nur die Frage, entscheidet man sich für das noch größere Übel oder für das etwas kleinere Übel kurzfristig und die Notenbanken denken wie die Politik dann eher kurzfristig, wird man sich dann für das kleinere Übel entscheiden, für das vermeintlich kleinere Übel, um dann das noch größere Übel in die Zukunft zu verschieben, das ist sozusagen der Weg des geringsten Widerstandes, man denkt da sozusagen nicht wirklich langfristig, sondern kurzfristig und so wird das wahrscheinlich dann kommen, sodass wir wirklich von einer Crashartigen Situation in eine Katastrophenhosse werden gelangen können. Heute ging es schon zur Sache, wir haben heute einen Downgap gesehen, also eine Kurslücke jetzt zum Handelsstart am Montag von über 2%, das ist das größte Gap nach unten an einem Montag, also nach einem Wochenende seit März 2020, also seit dem Corona-Crash, da hat mancher sein Portfolio gecheckt und dann etwas Blut im Gesicht gesehen, offenkundig und vor allem wenn wir das alles mal vergleichen mit den früheren Zeiten, etwa 2017, da war der größte Rückgang in einem ganzen Jahr 3%, letztes Jahr 2021, wie lange ist das schon her? Es war die Zeit, als die Notenbanken noch selig die Märkte in Sicherheit wiegten durch ihre exzessive Liquiditätsdruckerei, da war der größte Drawdown 5%, alleine seit Donnerstag sind wir im S&P 500 8% gefallen, also dieser Drawdown ist größer als wir in manchen Jahren jemals einen Drawdown gesehen haben, natürlich die Inflationsdaten, die höher waren als erwartet, die dann diese narrative Soft-Landing der US-Wirtschaft wird schon alles werden, weil die Inflation gepiekt hat, also ihren Hochpunkt erreicht hat, dieses Narrativ ist zerschossen worden und dementsprechend sind die Dinge jetzt ein bisschen in Schieflage und wenn die Dinge in Schieflage sind, dann gibt es Bedürfnis nach Absicherung, das Put-Call-Ratio steigt, also es gibt mehr Putz jetzt, man versucht sich abzusichern, vor allem Long-Portfolios abzusichern, aber es gibt da ein Problem für die Märkte insgesamt, nämlich dieses Problem ist der Dollar, das ist die Währung der Amerikaner, aber das Problem der ganzen Welt, der Dollar-Index auf 105 gestiegen, höchster Stand in diesem Jahr, höchster Stand auch seit 19 Jahren und das ist deswegen ein Problem, weil es einen klaren Zusammenhang gibt zwischen Dollar-Stärke und schlechten Zahlen für die Unternehmen, das gilt sowohl für die amerikanischen, international agierenden Unternehmen, je höher der Dollar ist, umso weniger Revenue kommt dann zurück, wenn man im Ausland, etwa in Europa, Geschäfte macht und für Länder der Emerging Markets ist die Dollar-Stärke auch schlecht, weil sie meistens in Dollar verschuldet sind, weil ein starker Dollar sozusagen bedeutet, dass sie Rohstoffe auf dem Weltmarkt immer teurer einkaufen müssen, was wiederum die Inflation nach oben bringt, was dann wiederum die Notenbanken zwingt, auf diese Inflation zu agieren mit einer restriktiven Geldpolitik, Geld wird teuer, das steigert die Kosten der Unternehmen, die dann diese gestiegenen Kosten teilweise eben nicht mehr an die ohnehin schon unter Wasser sich befindenden Konsumenten weitergeben können. Was aber ist das Problem dieser Märkte derzeit? Ja, die Stimmung ist bärisch, überhaupt keine Frage, ob man die Privatinvestoren sich anschaut, ob man Börsenbriefe sich anschaut und normalerweise ist das ja ein guter Kontraindikator, wo man sagt, naja, wenn alle bärisch sind, ist alles gut, aber das Problem ist, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was die Leute sagen und dem, was die Leute tun. Die Positionierung nämlich an den Märkten ist nach wie vor extrem hoch, fast auf Allzeithoch. Das heißt, die Herrschaften sind noch alle drin und solange das der Fall ist, werden wir den Boden nicht sehen, so meine These. Erst wenn in Panik diese Leute rausgespült werden, die vielleicht noch im Gewinn sind oder die zu spät eingestiegen sind, die dann irgendwann sagen, ich kann jetzt nicht mehr, wenn da so ein Rutsch kommt, dann ist die Zeit vielleicht für einen Boden da, dann ist vielleicht auch die Panik so groß am Markt, dass die Notenbanken dann sagen, hm, das wird uns jetzt zu heavy. Aber eins ist klar, wir haben jetzt gesehen, eben die Inflationsdaten am Freitag und jetzt reagieren die Märkte, die Fed Fund Futures darauf. Wir sehen hier jetzt, dass man annimmt, dass die Leitzinsen in einem Jahr, also im Juni 2023, bei 3,9% liegen werden. Das sind 100 Basispunkte, also genau 1% mehr als noch vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen ging man davon aus, dass die Fed dann in einem Jahr die Zinsen etwa bei 2,9% wird zum Stehen kommen lassen gewissermaßen. Jetzt sagt auch die Deutsche Bank, also wir gehen davon aus, dass die Leitzinsen über 4% steigen. Wäre ja auch nicht so ungewöhnlich angesichts einer Inflation von 8,6%. Und jetzt gibt es natürlich die Frage, was macht die Fed jetzt am Mittwoch? Am Mittwoch ja die Entscheidung der US-Notenbank und die muss reagieren auf diese Inflationsdaten am Freitag. Jetzt sagt eine Bank etwa, wir halten selbst einen Zinsschritt von 100 Basispunkten, also von einem Prozent auf einer einzigen Sitzung nicht für ausgeschlossen. Generell gilt, dass wir jetzt eine Wahrscheinlichkeit für einen großen, riesigen Zinsschritt haben von 0,75%. Also nicht 1%, aber 0,75%. Die ist jetzt auf 44% gestiegen, lautet den Fed Fund Futures. Und das ging alles wahnsinnig schnell. Das ist so schnell explodiert. Wir waren letzten Donnerstag, also vor Veröffentlichung der Inflationsdaten aus den USA, bei einer Wahrscheinlichkeit von 4%. Also jetzt mal schlanke 40% oben drauf. Das ist eine realistische Option, also die die Märkte jetzt sehen, dass die Fed nicht nur 0,5% anheben wird, wie sie eigentlich im Vorfeld kommuniziert hat, sondern eben diese 0,75%. Jetzt sagt Jim Bianco, derjenige, der es am frühesten gecheckt hat, was da los ist, dass die Fed einen politischen Auftrag hat, der sagt, bring mir die Inflation nach unten, koste es, was es wolle. Allein die Leute wollten nicht auf den guten Jim hören, der eben diese politische Dimension auch mitdenkt. Viele sind immer nur in diesem Modus gefangen. Ja, guckst du, die letzten Jahre hat die Fed uns doch auch gerettet, also wird sie es diesmal auch nicht so ernst meinen. Falsch, sie muss agieren, weil eben die Hälfte der Amerikaner sonst aus dem Konsum rauskippt, weil wenn die Inflation über 5% ist, die Rezession sowieso kommt, dann entscheidet man sich lieber, okay, dann bringen wir wenigstens die Rezession, die Inflation runter und nehmen dann vielleicht eine Rezession in Kauf. Und jetzt sagt dieser Jim Bianco, dieser Hellsichtige, sagt, also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, oder die Fed hat im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder signalisiert sie, dass sie wirklich aggressiv gegen diese Inflation vorgeht. Und das würde bedeuten, dass sie vielleicht wirklich sogar 0,75% am Mittwoch annimmt oder sogar 1%. Oder sie tut das nicht und signalisiert damit, dass sie diese Inflationsbekämpfung nicht wirklich ernsthaft angeht, was aber bedeuten würde, dass die Inflation ein dauerhaftes Problem wird, auf das sie dann wiederum später reagieren muss, nachdem sie ja lange, zu lange diese ultralaxe Geldpolitik betrieben hat, viel zu spät umgesteuert hat. Wenn sie jetzt so weitermacht in dieser Logik, dann riskiert sie später einen Crash, auch wenn die Märkte dann vielleicht sich kurzfristig freuen würden. Hier sagt Rich Kleinbauer etwa, es wäre sogar möglich, dass die Fed 150 Basispunkte anhebt, damit sie sozusagen jetzt einen Riesenschluck aus der Pulle nimmt. Okay, das ist natürlich eine gewagte These oder eine gewagte Prognose, dass das überhaupt möglich ist. Aber derzeit ist alles sehr denkbar. Dementsprechend wäre eine Anhebung von 0,5% am übermorgen Mittwoch fast schon torwisch, wäre also fast schon taubenhaft, könnte man sagen. Jetzt insgesamt, wenn wir uns die Märkte mal anschauen, die Fed Fund Futures, sehen wir eben, dass wir jetzt praktisch auch für jeder Sitzung, die jetzt kommt, bis Dezember jeweils einen 0,5er-Zinsschritt eingepreist haben. Und hier sehen wir mal die sogenannte Heatmap, also praktisch das, was die einzelnen Aktien machen in den USA. Da sehen wir Apple minus 22%, Microsoft minus 24% etc. Und dann hat sich eine Janet Yellen jetzt kürzlich hingestellt und hat gesagt, nichts spricht für eine Rezession. Nun ja, wenn die Aktienmärkte crashen, dann kommt eine Rezession. So war es immer, weil einfach die Leute weniger konsumieren können, weil sie auf dem Papier viel weniger wohlhabend sind. Dementsprechend geht der Konsum zurück, dementsprechend geht die Wirtschaft zurück. Also die Janet, die ist wirklich Weltklasse. Und was ist das ganz große Problem der Fed neben der schon bestehenden Inflation? Es ist die Inflationserwartung. Und wir hatten ja am Freitag die Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Und da haben wir gesehen, dass die Inflationserwartungen der Amerikaner weiter deutlich steigen. Und das fürchten Notenbanken wie die Päste. Nämlich eine Inflationserwartung, die sich verselbstständigt, die nicht mehr verankert ist. Inflationserwartung schafft Inflation, weil die Leute steigende Preise erwarten. Dementsprechend die Nachfrage im kurzen Zeitfenster immer heißer wird. Die Leute jetzt noch schnell kaufen wollen, in Erwartung weiter steigender Preise. Deswegen kann nach meiner Auffassung die Fed nicht jetzt irgendwie die Füße vom Bremspedal nehmen, sondern muss in diesem Vollbremsungsmodus bleiben. Und das ist genau das, was die Märkte vielleicht beginnen langsam zu ahnen. Und die Anleihmärkte haben es schon lange geschnallt. Die sind ja ein bisschen Bleacher in der Regel als die Aktienmärkte, die für gewöhnlich eine etwas längere Leitung haben, bis sich das rumspricht, dass da vielleicht ein Problem ist. Dauert es manchmal, das haben wir schon öfter gesehen. Wir haben heute jetzt die 10-jährige Anleiherendite über die Marke von 3,3% steigend sehen. Damit haben wir das Hoch aus dem Jahr 2018 überboten. Also man preist hier auch im längeren Zeitfenster, die kürzer laufenden Anleihenrenditen steigen teilweise noch stärker, preist man eben diese aggressive Fed mit ein. Und steigende Anleiherenditen heißen steigende Mortgage Rates, also steigende Hypothekenzinsen. Das heißt, Geld wird teurer, Geld wird knapper, Liquidität wird entzogen und Liquiditätsentzug ist schlechter für Aktien. Dass man diese Liquidität entziehen muss, das hat Alf hier mal sehr großartig gezeigt. Schauen wir mal zurück in die Finanzkrise. Damals haben die Notenbanken 3,7 Billionen in QI betrieben, also Quantitative Easing, Anleihekäufe und 1,8 Billionen Fiscal Spending, also fiskalische Stimuli. Jetzt haben wir dann die Pandemie gehabt 2020. QI war 4,8 Billionen, also mehr als in der Finanzkrise. Aber vor allem der fiskalische Stimulus mit 5,0 Billionen, mehr als doppelt so groß wie in der Finanzkrise, die ja wirklich eine Systemkrise war. Der Corona-Crash war sozusagen ein plötzlicher, nie dagewesener Stillstand der Wirtschaft, die dann aber wieder hochfahren konnte, eben nachdem die Maßnahmen letztendlich ihre Wirkung erzielt hatten, könnte man sagen. Aber überall da, wo ein Sugar Rush ist, und wir sahen ja Vermögenspreise steigen, wir sahen Aktienmärkte steigen, Immobilienmärkte steigen, aber irgendwo ist dann eben auch die Rechnung zu bezahlen. Wer zu viel säuft, hat gelegentlich dann danach Kopfschmerzen. Das gilt eben auch für die Märkte und gerade für Kryptos. Etwa Bitcoin, die ja maßgeblich, diese Kryptos maßgeblich profitiert haben von dieser ultralachsen Geldpolitik. Jetzt haben wir die Situation, dass der Kryptomarkt insgesamt jetzt unter eine Marktkapitalisierung von einer Billion gefallen ist. Wir hatten am 8. November 2021, also vor gut einem halben Jahr, da lagen wir alleine bei Bitcoin bei 1,274 Billionen. Also Bitcoin alleine hat diesen Wert überwunden. Jetzt hat Bitcoin nur noch 510 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Das heißt 764 Milliarden Dollar sind in sieben Monaten entfleucht. Und dazu gibt es dann schlechte Nachrichten. Wir hatten hier heute Morgen ja eine Plattform, die praktisch gesagt hat, wir werden keine Auszahlungen mehr machen. Und Celsius, heute dann die Nachricht von Binance, wichtige Kryptobörse, dass man alle Abhebungen von Bitcoin jetzt erstmal aussetzen wird. Dann sehen wir ein Unternehmen aus dem Kryptobereich oder das da stark aktiv ist, wie MicroStrategy, die mit 20% fallen. Also es rauscht da in dieser aufgeblasenen Welt, die letztendlich nur von dieser Liquidität profitiert hat. Natürlich wurden da tolle Geschichten erzählt. Und natürlich gibt es auch eine reale Basis für diese Geschichten. Aber es ist eben in der Auswirkung doch so ein bisschen eine Tulpenzwiebelmanie gewesen, die jetzt in sich zusammenfällt. Und das gilt auch für andere Notenbanken, die praktisch jetzt sehen, dass sie ein Riesenthema haben. Etwa die guten Japaner und der Korota. Der Yen kollabiert, jetzt warnt die Deutsche Bank, dass wir hier einen dramatischen, nicht vorhersehbaren Kollaps in Japan sehen könnten. Denn diese massive Entwertung des Yen, die ist wirklich gigantisch. Das ist sozusagen für die EZB vielleicht ein mahnendes Vorbild, könnte man fast sagen. Es gibt ja die Türkei, die Zinsen senken. Es gibt trotz gigantischer Inflationen, es gibt die Japaner, die haben zwar nicht so viel Inflation, aber die wollen einfach so weitermachen wie bisher. Und dann gibt es unsere großartige EZB, die ja schon letztendlich ein Fehlkonstrukt ist. Kohl hat damals geglaubt, naja, wir sagen mal, dass diese EZB in der Tradition der Bundesbank ist. Deswegen siedeln wir sie auch in Deutschland, nämlich in Frankfurt an. Mitterrand hat dann so einige Sachen durchgebracht, indem er gesagt hat, naja, sollte besser jetzt erstmal kein Deutscher da EZB-Chef werden. Und letztendlich sollte diese EZB den Euro eben zusammenhalten, die Eurozone zusammenhalten, sodass nicht mehr Inflation die oberste Prämisse war oder das oberste Gebot war, die man im Zaum erhalten muss. Also praktisch das oberste Mandat der EZB, wie es in den Maastricht-Verträgen geschrieben steht. Die interessiert inzwischen keiner mehr. Die EZB interessiert sich vor allem für die sogenannten Spreads, also für die Renditeaufschläge. Und die explodieren heute geradezu weiter. Wir sehen die italienische 10-jährige Staatsanleihe jetzt erstmals seit 2014 über 4%. Hier sehen wir, wie unten die Renditen massiv nach oben schießen. Die Deutsche jetzt auch schon bei 1,5%. Die Bundesanleihe Hannes Zipfel hat diese großartige Grafik hier in einem Tweet in seinem sehr empfehlenswerten Twitter-Kanal gepostet. Das zeigt, wie stark das System unter Stress ist jetzt. Wenn die EZB nicht mehr als Käufer dieser Anleihen auftritt, weil sie ja ja Quantitative Easing beenden will, dann ist sofort Stress im System. Dann droht eben diese Eurozone auseinander zu fliegen. Hier sehen wir, dass jetzt auch in Europa, nicht nur in den USA, die Anleiherenditen invertieren. Wir haben die 5- und die 30-Jährige, die kurz vor der Inversion sind. Und das ist meistens ein sehr sicheres Indiz für eine kommende Rezession. Das letzte Mal, als das passiert ist, war im Juni 2008. Und was danach passiert ist, können wir uns vielleicht noch erinnern. Insgesamt ist die EZB, wie John Authors hier sagt, im Grunde in einer unlösbaren Situation. Entweder wird sie versuchen, die Spreads, also die Renditedifferenzen zwischen Deutschland und den Peripherieanleihen niedrig zu halten. Also zu verhindern, dass die Renditen, die Zinsen dieser italienischen, spanischen, portugiesischen Anleihen etc. weiter massiv steigen. Oder sie bekämpft die Inflation. Beides wird nicht gehen. Und daher dürfte die EZB vor allem die Inflation opfern und sagen, naja, besser Inflation als keine Eurozone mehr. Mein Kollege Georg habe nicht vermutet, dass die EZB bald durchsetzen wird, dass man nicht mehr von Inflation sprechen wird, sondern von einem unvorhergesehenen monetären Ereignis. Das ist durchaus wahrscheinlich, auch wenn dieser Artikel satirisch gemeint ist. Das ist die erste Empfehlung, die ich Ihnen nach diesem Video hier geben werde. Die zweite ist, dass es China klar gemacht hat, jetzt sehr, sehr klar gemacht hat, dass man Taiwan attackieren wird und dass alle Versuche, Taiwan zu verteidigen, mit einem Krieg beantwortet werden. Hu Xixin mit einem sehr eindeutigen Tweet, man spricht hier von der Wiedervereinigung. Dabei war Taiwan eigentlich nie so wirklich Teil des Chinesischen Reiches. Zumindest nicht irgendwie so, dass man sagen kann, das war dauerhaft der Fall. Und das war also der zweite Artikel eben von Hannes Zipfel, den Sie vorhin in den Tweets schon gesehen haben, den ich empfehlen will. Und der dritte Artikel ist, so glänzend macht Russland derzeit Geschäfte mit Deutschland. Das ist sozusagen ein totaler Scheitern der Sanktionen gegen Russland. Hier mal in Zahlen gefasst, drei Artikel unter dem Video. Jetzt sage ich Servus und Ciao. Jetzt sage ich Servus und Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020